In diesem praktischen Beispiel werden wir einige der Befehle zur Modellierung der bisher untersuchten Teile überprüfen und ihre Verwendung trainieren. Los, an die Arbeit! Öffnen Sie zunächst die verfügbare Datei in den Dateien in diesem Beispiel. Sehen Sie, dass wir mehrere Skizzen erstellt haben, die wir verwenden, um eine Kerze zu modellieren. Wir beginnen damit, einen Revolve anzuwenden, um den Körper zu bilden. Wir aktivieren den Befehl Drehbos Basis und klicken auf eine Kante der Hauptskizze wie gezeigt. Wir haben es bestätigt und sehen, dass wir den Körper bereits geschaffen haben. Als nächstes werden wir das Handler erstellen, indem wir den Befehl Drehbos Basis aktivieren. Wir wählen die Skizze des Profils und dann die Skizze der Länge des Griffes aus. Wir haben bestätigt und sehen, dass unsere Kerze fast fertig ist. Lassen Sie uns eine Aussparung an der Spitze machen, indem Sie den Befehl Extruded Cut aktivieren. Wir stellen die Tiefe auf 25 ein, aktivieren die Kunisitätsoption und stellen den Winkel auf 15 Grad ein. Wir bestätigen und wenden die Rundung mit dem Befehl Verrundung an. Wir setzen den Radiuswert auf 25 und klicken auf die Kanten wie gezeigt. Wir werden der Kerze Farbe zuweisen, dafür erweitern wir die Displaypanee, klicken Sie auf Farbe, abwenden Enke und wählen einen gelben Farbton. In Ordnung, wir haben dieses Beispiel beendet, indem wir die Verwendung einiger Befehle zur Modellierung der in diesem Kurs untersuchten Teile überprüft haben. Üben Sie weiter, um sich mit der Verwendung von Software vertraut zu machen. Verwendung von Software- Einmalens gives acronym¸